Willkommen zurück bei Minecraft Hardcore. Ich bin im End. Und da hinten sehe ich schon mein Ziel. So, mal gucken. Da. Denn nachdem ich die letzte Folge damit beendet habe, dass ich durch ein Portal gesprungen bin, würde ich sagen, fangen wir die nächste Folge damit an, durch ein Portal zu springen. Nämlich das da. Hm, wie komme ich da jetzt so hoch? Ah, ich würde sagen, wir haben 300 Folgen fast voll. No risk, no fun. Ha! Tralala! So, wo sind wir denn hier? Okay. Äh, und in welche Richtung geht es jetzt? Ich würde sagen, in die Richtung. Weil dafür haben wir noch genug Steine. Ja, so. Jo, fangen wir mal an. So, ah, ich sehe da unten schon was. Das heißt, wir sind gleich da. Oh, das ist gut. Hallo Leute. Sag mal mal eine Frage. Habt ihr zufällig eine Endfestung gesehen? Ich bin gerade auf der Suche nach einer. So, dann müssen wir jetzt hier noch ein bisschen weiter laufen. Ah, wir sind hier noch nicht auf dem Festland angekommen. Das ist noch die Inselwelt. So. Moin. Wo geht denn jetzt weiter? Darüber, wa? Jo, springe ich mal da rüber. So. Richtig, Taste gedrückt. Steuerung gedrückt halten. Und los geht's. Ja, die Alternative wäre, wir rennen nochmal die ganze Strecke lang, ähm, wie wir gestern lang, vorgestern lang gerannt sind. Und ich gehe wieder das Risiko ein, dass ich da von diesem Steg runterfalle. So. Mal sehen, ob ich vor Folge 300 noch eine Endfestung finde. Ich hoffe es ja. So. Zack. Angekommen. Moin. Moin. So. Also hier ist erstmal nichts zu sehen. So. Mal sehen, gibt's hier ja Chorusfrüchte. Ah, die bringen mir nicht viel. So. So. Ist hier was? Nö. Ich werde mal wieder meinen Eimer Wasser bereitstellen. Und ich würde sagen, ich werde mal einen neuen Stack Steine rausholen. So. Jetzt brauche ich wieder mein sanftes Händchen. Und wenn ich die Kiste kaputt mache, bin ich aufgeschmissen. So. Jetzt geht's hier rüber. Hallo Enderman. Willst du was von mir? 1, 0. 1, 0. Zack. Weiter geht's. Jetzt mal gucken, ob man hier was irgendwo was sehen kann. Da ist nichts. Na komm schon. Hier ist auch nichts. Dann werde ich mal zu der Insel da rüber. Apropos. Jetzt muss ich nochmal was gucken. Nach hier wird die Zahl größer. Und nach da auch. Also müssen wir uns eigentlich von unserem Startpunkt entfernen. Gut. Gut. Ich will da rüber. Ah, da werde ich von hier unten machen. Ist schon richtig. Und jetzt einmal hier lang. Gott, das ist eine Verschwendung von Steinen. Ja, wenn es eine vernünftige Eisenfarm hätte. Aber das würde man sich wahrscheinlich nicht in der Hardcore machen lassen. Dann könnte man hier jetzt natürlich Schienen verlegen. Dann setzt man sich hier in den Karren und fährt erstmal die Kilometer hier lang. Sobald alles gebaut ist. Das wäre zum Beispiel mal ein Projekt für einen großen Server. Wo man sich keine Sorgen machen muss, dass nach einem Crash alles vorbei ist. 4, 3, 2, 1. Klick. Wie weit habe ich es noch? Ja, geht. Also ich könnte jetzt wirklich eine Entfestung gebrauchen. Wie hat es es noch? Oh. Aber das macht sich gut, weil ich werde mich jetzt da drinnen hochgraben. Dann habe ich gleich wieder ein paar von den gelben Steinen. So. Gut. Ach so, das ist immer ein sanftes Händchen. Das brauche ich jetzt nicht. Und jetzt mache ich den oberen Stein auf und der Enderman guckt mich an. So. Mal schnell was futtern. Warte mal, wo war der Eingang? Mal eine kleine Markierung setzen. So. Entfestung. Hallo. Na da. Mal sehen, ob es hier was gibt, wenn ich hier mal lang renne und mal auf der anderen Seite gucke. Nicht, dass ich hierzu wirklich das Talent habe und an der einzigen Endfestung in der Gegend vorbei renne. Aber es sieht nicht so aus. Nö. Nichts zu sehen. Kein Glück heute. Gut. Dann werde ich mich mal da drüben rüber bauen. Ah, tolle Geräusche. So. Fangen wir an. Mist. Keine Steine mehr. Okay. So, und sanftes Händchen. So, ich werde mit den gelben Steinen anfangen. Oh, nein! Nein! Verdammter Heimkleister! Ernsthaft? Das war's! Du kannst die Welt jetzt ruhig laden, mein Freund. Warum lädt ihr nur einen Chunk? Du kannst ruhig den Rest laden. Jetzt tut er sich schwer wegen dem Spectate-Mode. 297 Folgen, Minecraft Hardcore. Verdammter Scheibenkleister. Tja, ihr seht mich hier. Minecraft Hardcore ist nach 297 Folgen schon zu Ende, weil ich die Taste nicht richtig gedrückt habe. So ein Shit. Ja, ich kenne jemanden, der sich jetzt ganz dezent ärgert. Und vor allem ärgere ich mich deshalb, weil der jetzt hier die Welt nicht lädt und ich deshalb nicht nach Hause komme. Weil ich habe auch nicht die Permission, in den Modus zu gehen, dass ich nach Hause komme. Gut, dann war's das mit dieser Welt. Save and quit to title. Könnt ihr noch mal reingucken? Nee, der lädt es immer noch nicht. Schade. Das war's. Ende der Geschichte. Nach 297 Folgen ist Minecraft Hardcore beendet. Das heißt, der nächste Anfang geht wieder bei Null los. Ganz am Anfang, ein kleiner Typ mit einer Holzhacke. Ja, wenn ihr ein paar von den C-Tests gesehen habt, könnt ihr mal Vorschlag machen, auf was für einen C-Test ich anfangen soll? Aber ich denke mal, in spätestens, spätestens zwei, drei Tagen will ich wieder hier Minecraft spielen. Jetzt gehe ich erstmal irgendwo hin und ärgere mich. Okay, dann war's das für heute. Macht's gut bis zum nächsten Mal. See you later. Ja, und gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020